Hier ist alles gut gefüllt, ist alles okay. Okay, Logistik Cargo Size ist gut am Arbeiten hier. Ich hatte mir vor kurzem überlegt, noch mal mehr Forschungsdinger hier hinzuhauen. Gib mir bitte. Warum krieg ich keine Tungsmaun? Du arbeitest nur, wenn mehr Tungsmaun als tausend am System ist? Wir haben nur noch 500 Tungsmaun. WTF? Äh. Okay. Okay. Rote, grüne Träger sind auch ein bisschen runter. Hellblau sind okay. Lila sind bei 3400. Das ist alles gut. Also es hängt echt nur an der Zeit gerade. Das heißt, ich suche mir mal. Schmeiß die mal kurz raus. Gib mir die Laborräume, wenn wir noch welche haben. Ich glaube, da waren nämlich noch ein paar. Vier. Brauche mehr. Oh, nee, gar nicht. Ich brauche die gar nicht in meinem Inventar. Zack, ich brauche die nur hier irgendwo drin. Öh. Wie war das mit den Kisten? Öh. Äh. Da. Gut. Das ist echt ein Problem, ah? Lagerplatz? Krass. So, du. Äh, vier Stück sind drin. Wir brauchen nochmal vier Stück. Eins, zwei, drei, vier. Und dann mache ich einfach die Blaupause da oben irgendwo hin. Kommt mal mit. Roboter sind alle ausgelastet, ist okay. Zwischendurch neue Roboter bauen. Ja, Lampen bräunig. Ein Stick bräunig. Gleichen bräunig. Die da brauche ich nicht. Alte Furnace brauche ich nicht. So. Du rein. Du rein. Oh, ist das Blueprint. Da ist das Blueprint. Mach das mal weg. Ist vielleicht verfrüht. Und keine Sorge, ich reiße nicht alles ab. Ich reiße nur die drei rein hier. Nom, 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 nom. Das ist so cool. Sehr schön. Dann bitte dich so rum, damit die Lampen oben sind. Und warte. Eigentlich müsste das... Wow. Wo wollt ihr hin? Sand. Warum? Oh nein. Transportiert ist nicht echt Sand. Ach so, weil es da... Das muss ich machen. Gib mir, gib mir, gib mir das da. Dadurch spare ich den zehn Stunden Arbeit oder so. So. Gib mir eine gelbe Giste. Da Sand. Holz, Holz. Ach so. Stein fordere ich auch gleich wieder an. Das ist okay. Ja, kann ich zulassen. Ah, und hier brutzeln die ersten auch schon. Sehr schön. Was für Speedmodule habt ihr drin? Die besten. Natürlich. Gib mir mehr davon. Kommst nicht hinterher. Äh, das ist cool. Und nein, ich tue keine Speedmodule in die Speedmodul-Fabrik. Weil normalerweise brauche ich halt nicht so schnell so viele von den Modulen. Das wäre echt Verschwendung. Und hier passen ja eh nicht so viele rein. Das geht sogar auf. Oh, ist der da? Habe ich den einfach nicht reingeschmissen? Ah, da ist er. Zack. So. Ja, und jetzt sollte das doch gleich mal einen Zacken schneller gehen. Um nicht zu sagen, doppelt so schnell. Schön. So, was noch? Kurzer Blick mal aufs Öl, Schwefel und so weiter. Alles gut. Gib mir mal ganz viele Blaue Chips. Ich will da ein paar Roboter herstellen. Leicht Öl ist leer. Wie viele Fuelblocks haben wir im System? Ach, 20.000. Okay. Da muss ich mir nicht so viel Gedanken drum machen. Weil tagsüber werden Fuelblocks ja auch gar nicht mehr verbraucht. Wegen den ganzen Solarpanels. Das heißt, das kann alles schön umgewandelt werden. Ah, das ist gut. Das ist gut. Ihr seid nicht durchgehend am Arbeiten. Weil Schweröl nicht verbraucht wird. Das ist jetzt nicht so gut. Lässt sich aber recht leicht fixen. Bitte baue mir Chemical Plans und lass welche einfliegen, falls ich noch welche habe. Gucken wir mal. Kommt niemand, her? Ne. Wäre auch komisch, das noch im System zu haben. Ah, 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 da kommt auch eine. Abbrechen. Zack. Eine. Warum nicht fünf? So. Du da hin, du da hin, du da hin. Du da hin. Macht bitte. Überall schwer. Öl. Shift rechts, shift links, shift links. Wasser. Oh. Das, das macht das jetzt. Ja. Wäre auch zu schön, wenn es einfach wäre. Okay, machen wir erst Wasser. Nimm Wasser von hier unten. Bring es nach da, bring es nach... Nicht immer wieder drehen. Bring es nach hier. Von hier aus. Bring es nach da. Bring es nach da. Und ich brauche mehr von den Untergrunddingern. Zip. Und davon ein paar vor Ort. So, Untergrundding. Von hier nach da. So, jetzt darf es sich nicht mit dem Schweröl verbinden. Sieht's. Dreckwasser. Warum ist da Dirty Water drin? Oh. Weil es hin, der vor der Pumpe war. Da ist immer noch Dreckwasser drin. Ja. Das heißt, das hier muss erst mal wieder alles weg. Das kommt davon, wenn man nicht aufpasst. So, sauberes Wasser. Klick. Nach oben. Klick. Nach da. Nach da. Da. Nach da. So, Wasser hätten die jetzt schon alle. Jetzt das Schweröl. Das ist ein bisschen friemeliger. Nimm bitte den da ein nach vorne. Damit wir da eine Verbindung machen können. Ähm. Ist gar nicht friemeliger, ne? Nö. Aber so. So. Dann müssten die alle mit allen verbunden sein. Genau. Dann kommt hier. Der hin. Den weg. Und wir machen hier einmal eine Reihe von Rohren lang. Halt von Rohren lang. Warum ist da Wasser drin? Ah. Okay. Okay. Ähm. Das war keine Absicht. Ich höre schon erst ein Aufschreien. Nein, das war keine Absicht. Also. Wir müssen überall, wo Wasser drin ist, Wasser rausbekommen. Leicht, 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 leicht. So. Doom. Ähm. Wie hätten wir da hinten Wasser hinbekommen? Komm. Drei reichen auch. So. Also. Leicht Öl. Leicht Öl kommt von hier aus. Nach da oben. So. Verbindet sich damit. Damit. Damit, damit, damit. Das ist Schwachsinn, das mit den Untergrundringern zu machen, weil hier eh überall nicht lange laufen werden kann, ne? So. Das ist jetzt alles Leichtöl. Und Leichtöl kommt ebenfalls dahin. Und dahin. Und Leichtöl verbindet sich mit dem Tank. Warum ist da Wasser? Wo kommt das Wasser her? Da ist Wasser drin. Leichtöl, Leichtöl, Leicht, 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 Leicht. Das ist überall Leichtöl. So. Gut. Okay. Wasser. Wasser. Eine Wasserverbindung nach da oben, bitte. Und zwar von hier nach da. Wasser. 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 So. Die arbeiten jetzt auch wieder. Die arbeiten auch alle. Das macht gar nicht so viele Unterschiede. Lass es mal arbeiten. Und irgendwo war Angriff. Ist okay. 46 Türme schießen. Soll doch okay sein. Also. Schweröl wird verarbeitet zu Leichtöl. Andrei. Mal war das doch nicht. Oh. Mit einer unterirdischen Verbindung ist? Das war nicht der Plan. Also. Da muss eine unterirdische Verbindung sein. Damit es von hier nach da gehen kann. Und dann dazu. Lubricant verarbeitet. Wenn es dann irgendwann mal für irgendwas benötigt werden würde. Ja. Okay. Ich denke. Jetzt ist das soweit okay. Ich muss allerdings zwischendurch. Das mache ich jetzt am besten. Leistungsvergessung wieder. Äh. Ich brauche noch mehr davon. Alles mit Speedman ruleen ausrüsten. Dass das Schwede auf jeden Fall verbraucht wird. So. Zack. 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 Sagt der Tank. Tank sagt 4700. 4600. Sollte alles recht schnell weggehen. Dann haben wir wieder mehr Leichtöl. Wenn wir mehr Leichtöl haben. Brauchen wir wahrscheinlich wieder mehr davon. Das könnte dann auch wieder friemlich werden. Aber ich sehe es kommen. Dass wir das ganze Ding eh später umbauen müssen. Mal wieder. Und zwar zu einem System. Was nur noch Petroleumgas benutzt. Also fast nur noch. Weil die Frühblocke werden wir nicht brauchen. Das heißt wir könnten den Block dann später abreißen. Und hier komplett leicht Öl zu Petroleumgas. Umwandlung machen. Aber stimmt. Da müssen wir gar nicht so viel umbauen. Der Rest ist ja vollkommen okay. So wie es ist. Ja. Schön schön. So. Forschung ist fast fertig. Gut, gut. Da ich jetzt Steam Engines abgerissen habe. Sollte ich auch wieder schön beim Strom weitermachen. Wobei der Block hier relativ fertig aussieht. Das heißt ich sollte mich. Hm. Sollte ich hier einfach weitermachen. Keine Roboabdeckung. Aber was solls. Einen davon. Einen davon. Und liefer mir bitte. So wir haben schon einen Stein. Liefer mir bitte. Landfilm. Falls noch da. Dann bitte den. Tüb, 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 tüb. Bis da. Geht es irgendwann auf? Da geht es auf. Ach ja. Dann müssen wir jetzt hochbauen. Hab ich kein Problem mit. Wir werden noch nicht so viele Solarpanels haben. Aber pff. Habe ich noch Akkus dabei? Nein. Dann mach bitte. Akkus. Ist das richtig? Lampen weg. Lampen weg. Ich höre schon das erste Ploppen. Das ist gut. Da. So. Nicht die. Die. Akkus. Akkus. Weil ich muss die jetzt setzen. Weil die Kiste hier auf 50 beschränkt ist. Und sonst keine neuen produziert werden. Und die sollten wirklich durchgehend gebaut werden. Sowohl Akkus als auch Panels. So. Hier haben wir hier keine Abdeckung. Richtig. Ich habe gerade den Robo-Port gekillt. Ja. Sätze bitte. Einfach in die Pampa. So ein paar Robo-Ports. Den werden wir später wieder abreißen. Sobald das hier in die Richtung weiter geht. Aber ne. Fürs Erste ist es gut so. Alternativ könnten wir die hier auch einfach erweitern zu blauen. Genug Blei müssten wir jetzt hier haben. Da war was. Mit den 20.000 oder was. Das war echt super.